Tja, Junge, das klingt schon nicht schlecht. Was mir auf den Vorgesprächen, wenn mein Kollegen über sie berichtet wurde, deckt sich mit dem, was sich jetzt hier so abspielt. So far, so good. Noch ein bisschen was über das hier. Wir streben die Marktführerschaft an. Deshalb sind wir auch in diesem tollen Gebäude. Und zwar in Europa sind wir schon die Nummer 1 in Deutschland. Ein Global Player werden, das heißt, Plätze 7 bis 10 sind für uns fast schon zwang. Und für sie heißt das Hashtag Traumjob. Life is not a pony hof. Wir fordern von unseren Employees vor allem Reliability, Pünktlichkeit, Responsibility, das ganze Verantwortungsprogramm und vor allem Team Spirit. Das bedeutet, ohne Teamgeist werden sie hier nichts. Und Einzelgänger können wir hier nicht gebrauchen. Sie sind halt nicht gefragt. Außer wenn es ab und an vielleicht mal um eine unternehmerische Entscheidung geht. Nämlich um die meinige. Irgendeiner muss hier mal durchgreifen. Und tja, ab und zu Kleiderordnung. Wir haben hier den Casual Friday. Herr Jung, Herr Jung, sind Sie noch bei mir? Ja, das ist genau mal links. Genau der richtige Tag für mich. Tja, dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Montag. Es freut mich, herzlich willkommen. Hallo. Und wir haben drei Tage. Untertitelung des ZDF, 2020